Und jetzt ... Und jetzt ist er ein Gericht ... Wir sind über 18! Ja, wir sind über 18. Jo. Ich bin drin. Jo. Wir haben es geschafft! Wir sind alle gleichzeitig drin. Oh mein Gott endlich mal! Unglaublich. Was fehlen noch vier Leute? Ey, Jo! Ey, Jo! Was geht? Hier nicht wins, der Mann unter dem Gesicht. Ey! Scheiss Terrorist Junge! Ne, du springst nicht in die Luft. ach ja genau ich muss ganz schnell meine steuerung umstellen damit das funktioniert jetzt hier wo ist denn der scheiß steuerung nein es geht gleich los ok 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 spring space sprinten bin ich auch ganz weiß ne ne wieso ein terrorist jetzt schweb ich guck mal jetzt schweb ich auch das ist immer unterschiedlich das sieht ja auch ganz anders aus jetzt ist auch ein anderes der grundsätzlich sind es immer so das ist wie immer ok ok Kost geht los ich bin doch gar nicht so weit immer gleich gelesen was war das snack ist es lange da steht da war seit auch weiterhin stimmt zurück zum spiel alles klar ich bin soweit aber das spiel ist fehlhaft das ist nicht mehr so gar wie es vor wenn man nämlich die hintergrund ändert auf options nämlich es ändert den untergrund nicht mehr ich würde gern Grasblock machen macht aber nicht leid aber ihr werdet verlieren alles klar ich habe mich aber ich mache nicht das ist so billig was ich gerade das muss man sagen ich mache was ich mache was ich mache ich habe so eine geile Idee Leute ich werde euch so in die Tasche stecken im Peniskopf und so ja da geht man runter das muss mich um ihr müsst einfach ihr von Uchimaru oder eine Schlange machen ein wenig ist er richtig billig kann ja jeder er ist voll schwierig die nachzubauen und damit rutschen warum er aus dem Mund von der Schlange rauskommt gefährlich kann ja jeder kann ja jeder ok gut ich mach jetzt ich zeig euch das ja mach das mal also ich mach die im grünen aber nein wie in den grünen wie in den grünen wie in den grünen sehr schwul nein ich nehm den grünen nein ich nehm den Leder das ist die von Saske knapp gestürzt wie? aus der Luft ach so das hat sein Kugel sein Spiel abgestürzt nein das ist ja sowas nicht mann ich habe da auf zu lügen hier weil diese Ungelüge ich habe das war das halte aber gar nicht ja ich auch nicht aber die Schlange alter das Level ist gar nicht groß genug für die Schlange hier ihr baut alle so ne Schlange ne? ihr seid alle richtig dämlich ihr seid mal korb bauen und so und da ne Schlange rein nein ihr baut ne komplette Schlange ich baut nämlich nen Korb warte mal deins wird explodieren ach so du machst so was hier ne beschworene Schlange gell? so Ägypten Style so Ägypten Style was? Zeit vorbei? jo fuck ich bin am Ende des Levels angelangt ich kann nicht weiter bauen aber versteht mich nicht falsch ich mach keine Grad durchgezogen oder die ne? ihr müsst versteht mich nicht falsch egal was du meinst ne Schlange ist ne richtig Gangster Schlange ey wie viel Zeit haben wir noch? guck mal bitte wer nach ich geh doch da nein ich hab keine Zeit zu gucken da steht er Digga das kannst du nicht übersehen das kannst du nicht übersehen über zu gucken versteht ihr das Sinn? nein oh verdammt wollt ihr mich nicht verstehen ähm ne alles gut mal abgesehen nach bis zur Zeit für mich nicht reicht es trotzdem alles gut ja bei mir auch zarkastroph oh freu dich nicht zu früh ich werde trotzdem gewinnen ne ich werde gewinnen ich werde gewinnen ich werde gewinnen das ist richtig geil meine Idee wir sagen wieder nicht wer was hat ne? ne auf keinen Fall also mit dem Korb bin ich nicht auf keinen Fall ja ok also sag dann wenn du es nicht besser komm ich schlechte Wertung geben wir dürfen fremdlich nicht gewinnen lassen ja absolut report me ähm nein sieht scheiß aus hier das kann doch kein anbieten so was sieht doch die scheiß aus ohne Wutze ey scheiße nein das habe ich mich um verbaut fuck ne alles gut ne falsch egal oh oh noch ein paar Sekunden noch ja oh oh hm hm ich schaff das gerne Zeit das so zu machen dass man erkennt was es sein soll das ist unmöglich shit ne ja so nichts muss ich abweiß nicht davon ach kacke ich hab nicht genug Zeit scheiße naja so halb was ist denn das was ist denn das richtig gang was ist denn das richtig gang warte die hat ein Gesicht naja das geht auf jeden Fall ein Mäh weil sie ein Gesicht um der Zunge hat ne alle Mäh was ist denn jetzt das ist das das ist dein Kopf ist was hat ihm noch das Junge multi-tim er flamet erstmal richtig was das denn ey richtig fail das ist mein Eisablieding das ist das das für 5 minuten es glitzert aber vorne es glitzert vorne es glitzert vorne es glitzert bitte explodieren bitte explodieren nein mach kein glitzern dennis junge explodiert kann man richtig gut englisch was das ist nicht schlecht ach guck mal hier hinten die Klapperschlangen mit hinten Dings da ja nein die Zunge aus Teppich machen das ist voll gut ey das ist gut das gefällt mir auch und hinten mit der Rasse und sowas mhm die Knöpfe und den Augen das auch gut ey ja ohne Witze das merken muss bis nächste mal das Gesicht einfach so eine Cobra sein mit dem Schild wahrscheinlich ja ah it's ok it's ok scheiße und ich dachte mal Schlange ist so legendär alter und dann kommt sowas hier und sieht aus wie jeder andere ach hier nicht schlecht das ist wirklich gut ist ach hier hm wem gehört die denn mit dem Deckel auf dem Kopf und so ja ein eiser bleeding der hat kein Gesicht man ja ich find's gut also im Kopf ist es wirklich eine absolut kritische Idee aber die Idee ist es wirklich gut was da rauskommt weiß man nicht aber es ist aber gut sein Dino ja it's a warm das ist nicht schlecht das find ich cool das find ich cool ja er hat die Cobra vorhin gut gemacht mit dem Schild und sowas ja so geht die Cobra nicht bei mir stimmt das ist amazing das hab ich auch versucht ne amazing nicht aber auf jeden Fall gut ja ja ach hier der Multi-Tym das scheiße wenn ich das er ist eh der der vorhin beleidigt hat die Blamer hätten wir ja ja er hat ein Krokodil gemacht ja das kann ein Eis-Up-Lie-Ding was ist das das ist Krokodok das ist dieses Spiel wo du die Zähne drücken musst das ist gar nicht hier keine Schlange schnappi 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 ja genau schnappi 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 jawoll ne ich bin irgendwie um als letztes dran kriegen gut die Augen soll ja da glaubt wenn sich die dazu gut drin oh oh deswegen kann die Bekannten deswegen was das ist krass aufgerollt und sowas richtig groß hier auch von der DOS echt cool muss ich sagen das gibt auch ein Grund weil ich bewerte immer gut bei mir ist das so nämlich ich bewerte für die Kreativität auch das müsste sich perfekt aussehen wie die Kreativität so wie mit dem Kopf zum Beispiel sowas ist immer geil ja ja vorletzte ich bin vorletzter ich bin vorletzter ich bin ich bin die rote Stange vom Radio ist so cool was hat der nochmal gemacht keine ahnung was war so neuerunde jooo oh guck was funktioniert oder anders spielen äh wollen wir weiter machen wir spielen weiter eine Runde machen wir noch eine Runde machen wir noch eine Runde machen wir noch nächste Mal gewinne ich danach mussten wir uns hin rein bauen hier tschüss Leute ich hab ab nein 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 hey nein, hey nein, hey nein, hey nein welches Level hab ich denn? welches Level hab ich denn? 4 Reihen, not available yet guck mal Alter, 4, dann weißt du's vertraue dich was machen denn alle? guck mal springen ich spring jetzt auch Tino, folge mir ja, hast du nämlich die Blume mit? warte, ich tauch dir was vor dir runter es geht wirklich, du kannst wirklich dir was vor dir runter tauchen echt? ja, warte wie tief kommst du da? so tief wie man will guck mal ich hänge am Wasserfall, ich kann auch wieder hochkommen voll geil was passiert mir nicht? wenn's auf 0 ist und genau dann runterspringen es geht los, 3, 2, 1 ich glaub du wirst dann trotzdem ein Slam reingeportet egal wo du ich glaub befindest so, Thema wild time, 4 minutes Thema Fragezeichen, geil ja, ist geil krass ich hab nie gehabt das Thema meiner wird aus weißer Wolle sehr langweilig ja, ich weiß auch nicht, was kann man hier eisen es gibt so viele weiße Blöcke, Leute, erzählt doch mal ein bisschen Quarzstufe zum Beispiel Schnee nee, Schnee fällt ja runter, ne? ja, ich glaube, ne ich glaube, Schnee fällt ist wie Sand, glaube ich bin mir sicher, aber ich glaube es halt nicht, ne musst du bescheiden Verbruch, verbruch die ganze Zeit Schnee allein schon suchen für die ganzen ich auch, ey oh, hier ein Knochenblock gibt's, nimm doch den ohne Quarzblock noch besser, nimm doch den alles klar, let's go, Leute habt ihr auch schon angefangen? ja mhm aber erst richtig schlecht oh Gott boah, noch freie Arbeit boah, was? ach, Formel, ach, jetzt doch 5 Minuten, ich dachte schon soo ja scheiße, ist leider an dem Rand gebaut, kacke fuck der ist viel zu klein, der ist viel zu groß, ich schaff ihn derzeit gar nicht ja ich auch nicht ich wünsche man aber ein bisschen größer ich begröße noch mal ein bisschen so ja sieht kacke aus, sieht ja richtig kacke aus das ist schon besser ich bin die NSA mit sicher ja man nein, meine figuren wird immer runter voll im mega plattkopf gebaut kann ich noch ein bisschen rausformen naja warst du an die minuto? ja ist nicht da ganz fuck, alter kacke ja man, ich bin auch grad voll beschwitzen ja das sah wie nicht aus alter ich auch nicht, ich hab mich verbaut fuck naja, ist mit nichts das kann ich nicht kriegen fünf Sekunden noch, scheiße oh, geschafft alter gerade so ja ja, ich bin verloren scheiß, time's up von vorne naja, nee, kack, das ist doof ich dachte das wirklich ich dachte das was ist das denn? mein Kopf ist besser oben hier, man nicht mal symmetrisch everything is pretty ach, ich geb meh michael hero ach, die war schon wieder mit fighting vorher naja, man ich steck fett ach, ne, doch nicht ach, ist das nur Totenkopf oder ganzes Skelett? das ganze ist eigentlich nur Schilde scheiße ich hab ganzes Skelett gebaut oh fuck ey, auch so ganzes? ja was ist das? alles Qnomo oder was? was ist hier los? was ist hier los? oh god das klingt meh hey, was ist das denn? ich weiß es nicht vor Ort das ist meiser bleeding ja ja, original ich hab noch nie mal eiser bleeding gegeben was ist das? was? das ist doch vor diesem Thema zu tun was dachte der denn? Glingo das war doch krank was? what? okay, gut das ist nicht so cool das ist okay, sag ich das ist so pixelart das ist jetzt eigentlich ach, stimmt, okay, klingt meh ja, das ist unkreativ echt? jetzt steht da er muss auch überall seine Kommentare schreiben AHHHHHH YEET er hat pixelartgarten ne dritte runde an sich war... das ist ja cool hier das ist bestimmt Santino das ist richtig geil das ist zwar kein Skull das gefällt mir voll es ist vollstes coole Skelett ja ich muss ihm gut geben weil der Skull ist ja dabei man kann schon das passt schon Ich hab's falsch gelernt. Ja, das ist ein Skelett, ey. Oh, sorry, ey. Ah, ja. Ja, okay. Und den ganzen Skulls da drauf. Okay, ich geb' meh. Ja, nee, das ist immer ganz wichtig bei Master Builders. Dieses Pixel-Art, du darfst nie 2D-Sachen bauen. Ja. Das kommt immer als... Was? Warum hat der Fighting-Full-Biss? Ach du Scheiße. Sie kann immer den Besser-Ballers, ja. Oh nein, mir gehört der Scheiß. Ein Primatenkopf. Oh, man darf nicht 2D bauen. Doch, klar darfst du das auswählen, die gut bewertet. Na, das ist immer schlecht bewertet. Oh, oh. Ach, ich hab was gebaut, so'n Scheiß. Das war's. Ich bin immer nützer, ne? Ja, Mann, Nils hat gewonnen. Nils hat gewonnen. Wie geil ist das denn? Nils hat gewonnen, ich bin zweiter. Ey, du warst gleich viele Punkte. Ey, ich hab noch vier Punkte weniger, hätten wir weniger. Ey, es warb auch nur Mist gebaut. Ey, obwohl... Obwohl... Ich hab mich nicht mehr gehalten. Ich hab was Haltes gebaut und du... Du hast von mir mindestens ein Gold gekriegt, auf jeden Fall. Weil ich fand das geil, das Gelände. Aber trotzdem Gewinner, ey. Ja. Okay, geil, okay. Vielen Dank für die Zukunft. Ich hab viel Spaß dabei. Yo. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Hauen Sie rein. Hauen Sie rein. Machen Sie gut. Penis. Schalten Sie wieder ein. Hauen Sie gut. So sagen Sie, das ist ja sehr, sehr gut. So machen Sie ja, nicht mehr trotzdem? Vielen Dank.